ab nach da muss man gucken kurzes Infovideo jetzt hier an diesem wunderbaren Freitag also Prozent einige vor allem meine zwei Standzuschauer werden wahrscheinlich mitgekriegt haben das ist gestern kein Stream gehabt das lag daran weil ich gar nicht zu Hause bin hatte kein Rechner und hier die Internetleitung so unglaublich langsam ist dass ich okay wir haben 2 2 2 Megabit Upload das reicht trotzdem nicht zum Stream und deswegen gibt es dieses Wochenende keinen Stream weil ich nicht da bin ich bin auf Hochzeit ich bin eine wunderschöne Brautjungfer beziehungsweise Trauzeugin deswegen werden wir diese Worte ins Stream ausfallen lassen am Dienstag weiß ich auch nicht ob es klappt kann sein dass ich da Holz gehen machen muss wer wie auch immer und was noch kommt ist Donnerstag könnt ihr euch schon mal eintragen wird es wieder Widget geben wahrscheinlich Widget mit den anderen vier Hanseln als mit der Gamechain und mit der Jazz Pinkman und mit dem Victor Scrooge mit dem mit dem Kürbis Link Schwert der andauernd unfair spielt oder alle Spiele schon so oft gespielt hat dass wir einfach alle keine Chance haben und das ist so der Plan für die nächste Woche wenn mein Backofen dann mal fertig ist Prozent komplett weil es wird ja noch ein bisschen hinziehen es ist mein Wohnmobil dran was auch noch ein bisschen pflegt und das jetzt in der Ecke um bis dahin ja es ist auch noch so muss nur noch meinen Garten kümmern was am Moment an meine Freundin mehr oder weniger alleine macht um ja deswegen die Streams ich versuche so regelmäßig Dienstag und neunstags wie möglich zu machen also sie sehen ja nicht regelmäßig dass irgendjemand kommt will will eine Send-Lizenz von mir was natürlich der Kacke wäre ähm ja das ist der Plan für die nächsten nächsten Wochen äh ja wie gesagt Dienstag Donnerstag und eventuell nachdem wie ich Zeit und Motivation habe äh am Wochenende äh die Spontan-Streams auch normalerweise so Dienstag Donnerstag so um 18 Uhr um versuche ich irgendwie anzupellen einen Streaming zu kriegen ähm Videos auf YouTube ja fehlt mir momentan einfach die Zeit überhaupt irgendwas aufzunehmen ihr merkt es ja an Ico ähm kommt so unglaublich unregelmäßig dass ich einfach keine Zeit dazu habe irgendwas zu machen äh wie gesagt schon das ist die Produktion ist nicht immer das deswegen ist Ico auch ein Live-Let's Play damit wir überhaupt dazu kommen irgendein Spiel zu spielen äh sich dann aber hinten dran ranzusetzen und das zurechtzuschneiden äh die Tonspuren anzusetzen passen allem drum und dran damit alles in halbwegs äh stimmig gibt warum hackt man ein Handy? Mein Handy ist eine Katastrophe falls ich mir ein neues Handy schenken will äh alles über einem Z3 äh wäre schon großartig ähm ja das war's dann eigentlich schon äh falsch Fragen sind schreibt die Kommentare rein gleich das Video nach oben teilt das Video bla 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 allem drum und dran ähm das war's wir sehen uns dann äh wahrscheinlich Dienstag wieder bis dahin tüdelü schönes Wochenende euer Stiefel ich bin zu doofen ein Handy zu benutzen